Moin zusammen! Ja, was für ein Ligastart am Sonntag, oder? Schöner hätte man sich das erste Spiel gegen Holstein Kiel kaum vorstellen können. 3 zu 0 hieß es am Ende gegen den Tabellendritten der letzten Saison und das, obwohl das Traumtor von Kofi Thierry am Ende sogar zurückgenommen wurde. Wir schauen jetzt noch mal gemeinsam auf die Highlights von unserem Spiel am ersten Spieltag. Am besten hat uns gefallen, wie wir gegen den Ball agiert haben. Wenn man das Spiel Revue passieren lässt, haben wir so gut wie keine Torchancen zugelassen. Wir haben eine gute Balance gefunden zwischen aggressiven Angriffspressing und sehr kompakten Abwehrpressing, womit Kiel wahrscheinlich nicht geregnet hat. Dementsprechend waren wir mit der Defensivarbeit sehr zufrieden. Das Positive, was wir nach dem Spiel auch gesagt haben, war, wir haben zwar 3 zu 0 gewonnen, aber es gibt noch viele Dinge, die wir deutlich besser machen können, sei es im Umschaltspiel, offensiv, sei es in der Intensität, was Sprints angeht, ohne Ball oder auch mit dem Ball in die Tiefe zu laufen, also da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Diesen Schwung aus dem ersten Spiel gilt es jetzt also mitzunehmen in die nächste Partie. Daraufhin wurde natürlich jetzt auch wieder fleißig trainiert hier an der Kollausstraße und was da so gemacht wurde, da gucken wir jetzt mal drauf. Nach dem Auslaufen am Montag und einem trainingsfreien Dienstag starteten die Boys in Brown gut gelaunt am Mittwoch in die neue Trainingswoche und somit in die Vorbereitung auf die Begegnung im Erzgebirge. Auf dem Trainingsplatz waren in unterschiedlichen Spielformen sowohl bei Pässen als auch im Abschluss Präzision und ein gutes Auge gefragt. Nach einer weiteren Einheit am Donnerstag, in der auf dem Kollaurasen unter anderem ein kleines Turnier ausgespielt wurde, war für Freitag und Samstag der Feinschliff mit Blick auf das Aue-Spiel vorgesehen. Vom Trainingsplatz hier an der Kollausstraße geht es dann am Wochenende ins Erzgebirge, wo der FC Erzgebirge Aue auf unsere Mannschaft wartet. Was da so für ein Gegner auf die Kiezkicker zukommt, das schauen wir jetzt mal in der Gegnervorschau mit Fabian Hürzler drauf. Es wird ein ganz anderes Spiel. Kiel war eher aus einer sehr geordneten Struktur, fiel auf Ballbesitz aus. Aue ist dagegen sehr, sehr viel im Umschaltspiel. Also die schalten sehr, sehr gut in die Offensive um mit ihren Ausverteidigern, spielen Dreierkette, versuchen alle schnell mit ihren Ausverteidigern umzuschalten. Bei ihnen ist ganz klar, sobald sie einen Ball gewinnen haben, die Spieler gehen sofort in die Tiefe, der Ball wird auch sofort vertikal gespielt und sie bringen halt eine hohe Intensität gegen den Ball auf den Platz. Also wenn man nur laut der Statistik geht, haben sie glaube ich 220 Sprints gemacht in einem Spiel und das ist schon sehr, sehr viel, deutlich mehr als wir und dementsprechend müssen wir da gewappnet sein und auch deutlich mit mehr Intensität spielen. Der Appetit auf die nächsten drei Punkte ist also groß. Um Appetit geht es auch bei der Kiezküche an den Landungsbrücken. Was euch da erwartet, das seht ihr jetzt. Vor zwei Jahren brachte der FC St. Pauli den Launch der ersten Produktlinie der Marke Kiezküche an den Start. Unsere eigene Foodmarke hat jetzt einen eigenen Store mit Außerhausverkauf an den Landungsbrücken. Willkommen könnt ihr bei uns die ganz, ganz klassischen Imbissleckereien, ehrliches Essen für auf die Hand und auch zum hier essen. Ihr habt Pommes, Schnitzel, Fischbrötchen, Currywurst natürlich und wir haben ja super Rindskrakauer, wo auch wirklich nur Rindflaschen verarbeitet wird und leckere Suppen kriegt ihr bei uns. Ja, es passte einfach. Also die Nachhaltigkeit, die Qualität der Produkte, das liegt uns auch besonders am Herzen und es hat einfach gepasst und haben ja auch den perfekten Standort gefunden dafür. Also kommt gerne mal vorbei. Den Kiezküche Store findet ihr an der Brücke 5 bei den St. Pauli Landungsbrücken in Hamburg. Wie immer schauen wir jetzt zum Ende der Folge noch einmal auf die weiteren Themen aus den letzten Tagen rund um den FC St. Pauli. Am Montag, den 2. August, laden der FC St. Pauli, der Fanladen St. Pauli und Fanräume e.V. ab 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma am Hannoverschen Bahnhof in Hamburg ein. Alle Infos dazu gibt es auf fcsankpauli.com. Am ersten Spieltag präsentierte sich der Millantor-Rasen nach einem Rasenwechsel in der Sommerpause von seiner besten Seite. Im Format reingeluschert haben wir uns mal angesehen, wie man so ein Geläuf optimal auf einen Spieltag vorbereitet. Den Text findet ihr in der ersten Viva-Ausgabe der neuen Saison sowie auf unserer Homepage. Rote Karte gegen rechts. Gemeinsam mit unserem Partner Fritz Kohler sammeln wir mit einem Strauß an schicken Sachen Geld für eine bunte und offene Gesellschaft. Alle Gewinne gehen direkt an Exit Deutschland und unterstützen dort Ausstiegswillige der rechten Szene. Mehr dazu findet ihr über den Link in der Beschreibung. Zusammen mit unserem Partner Lichtblick setzen wir uns für den Klimaschutz ein. Wie und wo wir gemeinsam CO2 vermeiden, verringern und so unseren CO2-Fußabdruck verkleinern können, erfahrt ihr direkt bei Lichtblick über den Link unter diesem Video. Damit verabschieden wir uns also für diese Woche wieder von der Kollausstraße. Wir hoffen jetzt auf die nächsten drei Punkte bei Erzgebirge Aue. In der nächsten Woche melden wir uns dann wieder mit der Vorschau auf die erste Runde im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg. Bis dahin, passt auf euch auf und Forta St. Pauli. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.